sicherlich was bei den kleinen dinger mit der pika raus die kleinen steine normalerweise ist da ein hieb von den viel was wir jetzt haben da kriegst du 60 stein raus wenn ich jetzt mit spitzhacke drauf habe gehe ich zählen auch von den runden stein im fluss kriegt immer mehr metall sie haben mit einer beteilijkste mit metallfelsen naja sie sind aber so weit weg so zeigen wir die tage mal was kommst du jetzt doch sagt er mal richtig nasen sonntag bis montag bis sonntag nur an allen tagen die mit mit tag aufhören mit wochen so leider nur schade dass die woche nicht mehr tage hat ich weiß wer müde ist ich weiß zwar nicht wer jetzt gegend hat aber ich weiß wer müde ist stefan du hast auf die plattform gekackt und das live man ich drauf nimmt dich noch mal zusammen so 200 plus das hat ja noch nicht die anzeige ja ich auch nicht aber er macht nur 109 ach so ja das werden zum fluss zünden ich habe nichts gesagt warum macht ich mit den scheiß speicher weg von dem viel du machst mich nachrisch du mit deinem schlubigen art und weise So, wie viel haben wir jetzt hier? Eins, zwei, drei hundert. Oh, der trödelt. Scheiße. Okay. Okay. so wir haben 400 spark powder kann man gleich dann erstmal alle räucheröfen vollstopfen so wie die anzeige jetzt aussieht muss er nur noch 15 mal essen vermutlich bis er fertig ist so schnell ja quasi fast fertig dann gehts doch so einfach ein bisschen spark powder herstellen 500 spark powder deswegen kriege ich ja dauernd erfahrer genau wir leveln dich quasi ne dich zurück wie sonst auch immer wer stellt denn jetzt hier zementik passt her ich einfach so brauchen wir nicht heb mal das zeug auf hier für spark powder weil cementing passt lässt sich deutlich besser mit dem frosch sammeln wenn du da insekten töten gehst kriegst du direkt cementing passt raus und musst hier nicht steine und chitin sammeln ich habe gestern ich habe eine runde gemacht mit dem frosch hier mal durch den durch den sumpf und wieder zurück und hatte 300 cementing passt also das ist deutlich effektiver und da können wir die steine für bessere sachen nutzen für wende für die steinwände die ihr baut also morgen baum und zweite etage oder was ja und holen ne euler oder was ja mindestens eine ja wir wollen sie aber nicht übertreiben müssen wir uns wieder aufteilen dass wir das so ein bisschen verteilen die zeit so 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 tja jetzt stehen wir hier stehen wir hier morgen error beschmeißt den kisten ich habe ein paar hüte gestrickt auch nur ein paar du bist ja so nett fehlt ein gut auf allen servern ja 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 so jetzt müssen wir gleich fertig sein das nächste mal so wie es aussieht nein das nächste mal wenn er frisst also dein charakter modell das kann nicht mal eine mutter lieben ne das ist echt extrem hässlich die fratze von deinem flugsaurier ist trotzdem noch deutlich schöner als naja das der you alles ich habe keine ov dir À du aus auch das ist jetzt nicht drück mal recht im ausdruck alter so dass nämlich alles ja da ist ganz unendlich weiter nein was denn ist da wieder stefan ja wohl sie hat die steine kannst du noch die steine hier aus dem mörder mitnehmen ich lehre jetzt hier ist das alles aus guck mal du das mitnehmen kannst genau ich komme zum wolf dann packt mit den anderen rein ja da schon relativ schnell dabei schon das jetzt noch zurück muss ja kannst du nicht ganz so viel ja heute nicht um einsamen wolle zurück vorsicht hat noch jemand fragt last übrig nein leider nicht ein bisschen wieso ich bin überladen das fleisch ist draußen deswegen da kreis der kreis die aber an aber es ist nicht da kannst du ruhig machen so geht das ich guck mal was ich noch ausschmeißen die energie hat also lebensenergie ja das ist richtig viel ich mache noch eine runde über den gelben airdrop aus dem weg warum du kannst du drüber rollen du kannst du nicht angreifen ja das ist jetzt auf den sitze dreimal komisch ist hier wo bist du greifst du mal ein paar vier an du kannst ruhig ein bisschen mit den vierten ja ich kann den massen locker platz hat 5000 leben und wenn ich komme ich vorbei gerade mit dem wolf aber irgendwie kannst du dich auch einrollen ich weiß nicht mehr wie es war na in der bewegung rechte maustaste dann rollt die einrollen geht nicht das ist jetzt das vierte mal scheiße vielleicht hat der magen darm ja wahrscheinlich also auf dem weg auf dem weg zurück zur base kannst du ein paar fiecher töten sein ja wenn der harry oder sowas wird ja was übrig lassen auch trete ich mal um da sind haufen ich wollte nicht essen und wasser kann man nicht angreifen das bild für die götter warte mal 1 2 3 4 5 6 komme ich irgendwie nicht ran locker 10 zählt solche tücher hinter ihm ist hier das restliche team mit dem schwanz nach oben und der schilder naja so gelb rem schenke metallschule was soll ich bei den level noch angriff angriff und noch ein bisschen traglast ja ich hätte gar noch 370 also ich habe jetzt 4 stein und das voll ja ja sind ja auch jeweils ich weiß die steine raus du kannst nachher noch welche sammeln du darfst nachher noch welche sammeln jetzt ist aber lieb so ist doch stefan mit euch ja du siehst ja wie schnell das geht mit dem ding aber ist jetzt hier links ja was dann muss ich doch jetzt nichts nein hinter dir ach so davon alles klar ja du siehst doch den blauen pinnel dann war das drei hackt ja nein das riecht da ich habe es schon so den skorpion den kann man erst mal bei den anderen skorpion stellen jawohl make boosted und natürlich ein bisschen mehr ran dass die jahre hätte denn bin doch schon dabei und wir haben jetzt nicht passieren dass ich ausversehen drei verwende darum ich hab's gemacht dafür nehme ich den dodo hier immer aus weg und ein